Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ein How-to-Cheat-Video zu Breathe Edge, einem Spiel, das es vor etwas längerer Zeit mal kostenlos auf Epic gab. Wir können auf jeden Fall was cheaten. Ich habe ein paar Werte gefunden. Deswegen würde ich sagen, nicht lange fackeln rein. So, wir sind jetzt hier in dem Spiel angekommen. Wir sind jetzt hier in unserem Raumschiff, in unserer Hauptstation. Und wenn wir hier die Tab-Taste drücken, dann kommen wir in unserem Inventar und können hier die Werte links sehen. Wie ihr schon sehen, Essen 100 von 100, Trinken 69 von 100. Items kann man leider nicht cheaten, da sich die nicht stacken lassen. Also dadurch kann man den Wert dafür nicht verändern. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein neues Item einsammle, wird das immer als neues Objekt mit angelegt. Da leider nichts. Aber wir können uns Essen und Trinken cheaten. Also im Grunde das, was wir brauchen von den Items. Dementsprechend müssen wir da nicht die Items multiplizieren, sondern wir frieren einfach die Werte ein. Und jetzt ganz wichtiger Disclaimer. Werte einfrieren. Aufpassen. Nicht einfach irgendwelche Werte einfrieren, von denen ihr nicht wisst, dass es der richtige Wert ist. Vergewissert euch, dass es der richtige Wert ist. Wie das gleich geht, zeige ich euch. Das kann das Spiel zum Abschutz bringen. Also da aufpassen bitte. Wir sind jetzt hier im Menü und wir haben hier unseren Wert, die 99. Wir gehen in unsere allseits beliebte Cheat Engine. Wählen hier Breathe Edge aus. Und wir suchen dieses Mal einen Float Value. Aber da sich der nicht so einfach finden lässt, gehen wir hier nach Exact Value und All müssen wir suchen. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Wert, die 99. Suchen danach einmal. Wichtig. Bevor ihr danach sucht, pausiert das Spiel, weil die Werte sich fortlaufend verändern. Genau. Einfach Escape, Escape, dass ihr in diesem Pause-Menü seid. Den Wert merken und dann hier ganz normal die Suche ausführen. So, diese erste Suche ist durch. Jetzt gehen wir wieder zurück ins Menü. Jetzt müssen wir unser Essen irgendwie reduzieren. Dazu gehen wir einfach schlafen. Denn dann wird unser Leben aufgefüllt und unser Essen reduziert. 97. Kann man jetzt hier sehen, wenn es runter springt. 97. Dann einfach Escape, Escape drücken. Wieder 97. Next Scan. Und dann das Ganze so oft wiederholen, bis nur noch ein Wert übrig bleibt. Also da wirklich nur noch ein Wert übrig bleiben. Das heißt, wir machen das Ganze wieder. Wieder ausruhen. Warten, bis er um eins fällt. Abbrechen. Wert merken. 96. Sind schon wenige, sind noch sechs Stück. So, jetzt noch einmal. 95. Kann man noch mal kontrollieren. 95. Pause. 95. Next Scan. Und da sind jetzt noch zwei Werte. Machen wir das nochmal. Dann haben wir den Wert wirklich endgültig gefunden. Ah, jetzt ist unsere Gesundheit voll. Das wollte ich eh gleich erwähnen. Macht also nichts. Wenn eure Gesundheit voll ist, könnt ihr das Ding hier nehmen. Das ist im Grunde ein Quest-Gegenstand, den ihr im Laufe des Spiels bekommt. Von Entwicklern auch verlegter Mist. Das ist so ein Gegenstand. Den könnt ihr einfach ausrüsten. Und wenn ihr den habt, dann könnt ihr euch mit dem Ding schlagen. Und dann könnt ihr euch so Gesundheit abziehen. Dann ist eure Gesundheit jetzt wieder reduziert. Und ihr könnt jetzt wieder, so gesehen, wieder weiter schlafen, um den Essenswert weiter reduzieren zu lassen, wieder runtergehen zu lassen. Und da sind wir bei 93. 93. Next Scan. Und da ist er. Das ist der eine Wert, der übrig bleibt. Man hätte das jetzt auch über Ausschussverfahren machen können, weil das hier, wenn man jetzt beide nach unten nimmt, kann man sehen, das eine ist ein Byte-Value. Der kann es nicht sein. Und das andere ist eben unser Float, was ich gesagt hätte, unser Fließkommawert. Und der ist es. Und den können wir jetzt nicht über Maximum drüber schieben. Also das ist auch ganz wichtig. Die beiden Werte lassen sich nicht, sowohl Essen als auch Trinken, lassen sich nicht über 100 einstellen. Also ich kann es euch hier mal zeigen. Wenn ich den jetzt auf 120 einstelle, dann springt er zwar kurz hoch, aber springt er sofort wieder runter auf 100. Das heißt, es lässt sich nicht der Wert über Maximum dimensionieren. Man muss jetzt tatsächlich hier mit einfrieren arbeiten. Und das ist das, was ich gemeint habe. So kann man das kontrollieren, dass es der richtige Wert ist. Ich gehe hier hin, gehe am besten einmal ins Pause-Menü. Dann bleibt der Wert stehen. So kann man es kontrollieren. Am besten einfach kurz den Wert verändern, reduzieren am besten um, keine Ahnung, 10 Punkte in dem Fall. So, 85. Und dann kann man auch hier schon sehen, hat er direkt übernommen on the fly. Dann passt es, ist es der richtige Wert. Dann kann ich ihn hier wieder auf 100 einstellen und dann anschließend den Wert einfrieren. Hier ist der Wert, wenn ich den jetzt einfriere, dann ist es so. Wenn ich jetzt dann, ich muss jetzt nochmal ein bisschen Schaden zufügen. Jetzt könnt ihr sehen, unsere Gesundheit ist bei der Hälfte. Essen ist bei 97. Ich habe es eingefroren. Sollte also jetzt erwartungsgemäß nicht runtergehen. Und stimmt auch so. Also der Wert bleibt jetzt bei 97 fest. Unsere Gesundheit erhöht sich. Und somit brauche ich nicht mehr Essen sammeln. Also gar nicht mehr essen. Das kann ich das ganze Spiel immer so hängen, stehen lassen. Kann ich es in den Hintergrund verschieben. Bleibt so. Das gleiche natürlich auch fürs Trinken. Da mache ich es jetzt andersrum. Da werde ich jetzt einfach eine Trinkwasserflasche zu mir nehmen. Trotzdem müssen wir wieder genauso vorgehen wie vorhin. Also wir suchen uns den Wert hier raus. Wir merken uns den. 59. Exact Value All. Machen wieder eine neue Suche. First Scan. Dann gehen wir wieder ins Spiel zurück. Und nehmen eine trinkende Wasserflasche. Zack. Jetzt ist unser Durst bei 89. Genau. Jetzt legen wir uns ins Bett. Und lasst den Wert abfallen. Jetzt sind wir bei 86. Kann man hier sehen. 86. Next. Und da ist auch schon. Also der ließ sich jetzt deutlich schneller finden als der Essenswert. Nicht so, sonst können wir den jetzt auch einfrieren. Und damit sind wir jetzt im Grunde Durst und Hunger frei. Also haben unendlich Essen und unendlich Trinken. Und ich kann mich jetzt sozusagen beliebig oft einfach hochheilen. Unendlich oft im Grunde hochheilen. Weil ich muss kein Essen und Trinken mehr sammeln. Falls ich noch weitere Cheats finden sollte, wird das in einem Folgevideo erscheinen. Jetzt vorerst erstmal nur die beiden Werte. Wie gesagt, ab dem Cheat gibt es nicht. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen. Lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Würde mich megamäßig freuen. Haut mir auch in die Kommentare, ob euch der Cheat gefallen hat oder ob ihr mehr wollt. Was ihr vielleicht noch wissen wollt. Ob es bei euch funktioniert, nicht funktioniert. Würde mich mal interessieren. Ansonsten Glocke aktivieren, dass ihr informiert werdet, wenn ein neues Video online kommt. Und ansonsten danke nochmal fürs Zusehen. Habt einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Cheerio.